Ich freue mich besonders, dass Sie heute angereist sind nach Bremen zur ersten Bremen Design School. Ich freue mich, dass Sie heute angereist sind. Ich freue mich, dass Sie heute angereist sind. Ich fand es ein sehr gutes Konzept, was hoffentlich auch jedem sehr viel gebracht hat und ich fand es wirklich toll. Es war meine erste Zeit in Deutschland, also ich fand es auch sehr schön.